So, willkommen zurück zu Let's Play Red Steel 2, genau, so hieß das Spiel. Wir sind gerade irgendwo mitten, sind gerade auf dem Weg zum Saloon, der ist hier vorne, hoffe ich mal. Schade, dass man nicht richtig springen kann, aber wie auch immer. So, ich sag euch mal nichts, ich hab hier etwas Lustiges vor, ich krieg gleich noch einen Gastkommentator, der weiß das nur noch nicht. Und nein, das ist nicht Zodi, das ist einer meiner Abonnenten. Oh, 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 schieße, was schieße, wo, da schieße. Alles klar, der Sheriff ist da. Na, das sieht doch, ich darf nicht zu locker sitzen, weil gleich kommen wieder solche geilen Schwertkämpfe und so und dann zieht das Ganze wieder, ne? Ähm, was bist du? Der hat einen Hammer. So ein Gimp. Big Bill. Yeah, yeah, yeah. Kill Bill. So, ich hab dich im Gegier, Junge. Wow, das war ein Treffer. Aber, oh, das nicht, das auch nicht, aber... Ja, voll erwischt. Autsch. Haha, aber die hab ich's gegeben, Kollege. Wow, mit Druckwelle und so. Bäm, nimm den, Kollege. Du bist K.O. So, und da haben wir auch den Saloon. Was haben wir denn hier? Da haben wir Kohle, Kohle, Kohle. So. Noch irgendwas Interessantes hier? Nein. Das heißt, wir können weiter. Catching, mach die Tür auf. Kleiner. Mach die Tür auf, hab ich gesagt. Hahaha, das war wieder eine Lade auf die Grenze. Oh, Zeit, dass ihr kommt. Ich habe nur noch drei Kugeln. Du bist allein, was? Ach, nein. Hätte nicht gedacht, dass ich dich mal wiedersehe. Wen siehst du wieder? Dieser Kusagari ist ein alter Freund von uns, Süße. Wie meinst du das? Oh, nein. Tamiko, du musst verschwinden. Ja, ich brauche dringend Hilfe. Schnell. Verdammt. Wenn diese Jackals ihr etwas antun. Hör zu, Kleiner. Tamiko ist am anderen Ende der Stadt. Ich würde mitkommen, aber mit meinem Bein bin ich dir keine Hilfe. Dein Kommunikator sollte die Sicherheitsschlösser öffnen können. Na los. Die Kleine braucht deine Hilfe. Na, wäre auch komisch, wenn nicht. Denn ich bin hier der ultimative Superheld. Bin ja tausendmal besser als ihr. Und was ist das denn hier? Okay, okay, okay. So, dann geht es mal hier ab. Bssst. Tür auf. Ladesequenz. Leder. Kann nichts machen. Oh, das ging aber fix hier. Na, das sieht aber aus, als ob hier gleich noch was auf mich zugesprintet kommt. Achso, das ist super. Ich bin jetzt... Ah, was hatte ich gesagt? Ah, verdammt. Ah, ich hab das gerade eben mit dem Schießen hier und so weiter nicht gerade nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Ja, das hat man, glaube ich, gerade eben gemerkt, dass das gerade eben ein bisschen sehr seltsam aussah. Mhm, 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 mhm. Kaching. So. Was hab ich denn hier noch vor mir geschossen? Cool. Noch cooler. Tür auf, bitte. Hier doch. Ah. Oh, Mann. Wo bin ich denn da, wenn ich da lang muss? Achso, tut nicht weh. Nur ein bisschen. Ne? Kannst du kaum ein? Hey, hallo? So, den ersten hab ich. Na komm. Und... Finish him. Geht doch. Und auf zum nächsten. Bam. Finish him. Yeah. 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 Und da ist noch einer im Weg. So. Die Hobby habe ich aber auch gegeben hier. Ding, 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 ding. Wow. Das hätte ich eigentlich auch anders regeln können. Fällt mir gerade so auf. Her mit euren Moneten. Dankeschön. So. Öffnet mal bitte die Tür. Tö, 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 tö. Wo ist das Katana? Das Sora-Katana. Er hat's verloren. Die Dettel haben es. Och, so ein Mist. Dann müssen wir es uns zurückholen. Worauf warten wir noch? Aber echt mal. Neue Freunde. Yeah. So. Trainieren mit Jiren. Ausbilden da drüben, bitte. Ah, schon wieder mal Ausbildung. Na gut. Okay. Meinetwegen. So, was geht jetzt? Nutze starke Angriffe, um gepanzerte Gegner zu besiegen. Nutze weite Schwünge, um starke Angriffe auszuführen. Toll. Gut. Starke Angriffe zerstören Rüstung. Die meisten Rüstungen haben mehrere Schichten. Zerstören. Zerstören die Rüstung mit starken Angriffen. Okay. Fein. Hat auch geklappt. Zerstören die Rüstung und dann erledigen den Dummy. Höh, höh, höh. Achso. Fein. Ich speitsche hier quer durch mein Zimmer. Egal. So. Juhu. Ich habe die Ausbildung zum Typen abgeschlossen. Nimm eine neue Mission an. Toll, 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 toll. Eigentlich müsste ich dir... Nein. Das ist zu gewalttätig. Das mache ich nicht. So, äh, warte mal ganz kurz. Jetzt bin ich etwa den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Tseh. Wie strange. So, gucken wir mal, ob wir hier neue Fähigkeiten erlernen können. Die Guillotine oder der Sturm. Ich nehme den Sturm. Ja, die will ich lernen. Du hast einen neuen Geheimschlag gekauft. Die anwärtig ich jetzt ausbilden. Yeah, yeah, yeah. Kombiniere zwei Basisaktionen, um The Storm auszulösen. So, für The Storm. So, drücke Z, dann horizontal schwingen. Horizontal. Horizontal. Alles klar. Achso. Yeah. Das war gut. Das war echt gut. Das ist eine coole Möglichkeit. Äh. Du kannst die Gegner mit The Storm betäuben und sie dann ausschalten. Bäm. 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 Jawohl. The Storm Bluff. Finisher. Bilden Betäubungskombo. Yeah, yeah, yeah. Verwende The Storm und zustechen dreimal. Yeah, 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 yeah. King. Ching. Ching. Kiching. Bäm. Einmal. Kiching. 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 Bäm. Und noch einmal. Und. Kiching. 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 Oh. TNMD. Jawohl. Cool. So, verwende The Storm und Gegner auszuschalten, wenn die Finisher-Anzeige Angriff erscheint. Kiching. Das ist ja auch. Ich kann da noch einmal sein. Das ist ja auch ein bisschen. Ich kann da noch nicht sein. Das ist ja auch ein bisschen. Das war ja auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen. Ja voll geil sag ich nur. Geil, geil, geil. Der Motorradgang hat den ersten Sendemast zerstört. Ganz in der Nähe ist noch einer. Aber den holen sie sich als nächstes. Wenn wir den ersten Mast wieder aktivieren, kann ich herausfinden, was im Rest der Stadt los ist. Yeah, yeah, yeah. So, wo geht's denn diesmal lang hier? Da lang, da lang, da lang. Natürlich, immer da lang. Ich bin voll der Nimya-Samurai-Western-Held. Während diese lang, was bist du denn für einer? Du willst hier einfach wichtig tun, oder was, Alter? So, das hast du jetzt davon. Kollege. Kollege Dr. Best. So, äh. Da bin ich gekommen. Da muss ich rein. Nur so machen wir das. In dieser Stadt gibt es zu viel zu tun, glaube ich. Mhm. Da kommt doch sicherlich gleich irgendwas von oben oder unten runter gejumpt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, wie war denn jetzt nochmal das Storm? Äh. Wie war denn das nochmal? Achso, genau. Bam. Bam. Yeah, nimm den. Und. Ach, du bist auch noch betäubt. Na denn. Oh, hätte ich auch schon wieder anders machen können. Ich bin zu doll off-action, habe ich so das Gefühl. Irgendwo stand, ob ich hier gerade A drücken. Da stand A drücken. So, neige, um den Griff in die richtige Position zu. Bla. Achso, da ist die richtige Position. Gut. Und jetzt neigen. Da lang. Und jetzt da lang. Cool. Schalter aktiviert. Es geht los. Okay. Oh nein. Komm lieber sofort zurück. Wir kriegen Probleme. Schon unterwegs. Boah. Du Sau, du. Bam. Take that. Und ab zurück. Dann wird doch sicherlich gleich wieder direkt einer vor der Nase stehen. So, direkt auf Mitte. Würde ich schätzen. Nein. Da wird einer stehen. Doch nicht. Achso. Da war ja schon der Gang. Und wieder eine Ladesequenz. Ja, ich... Anscheinend ist jeder Jackal aus dem Umkreis von tausend Kilometern in Caldera. Die obere Stadt ist komplett besetzt und ich... Und ich...